Hallo ihr Lieben, wir sind heute am Friedhofsweg in Hamburg und wir nehmen euch mal mit auf eine Tour um den größten Parkfriedhof der Welt, den Friedhof Ohlsdorf. Musik 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 Wie ihr seht sind wir jetzt schon eine Weile im Grünen unterwegs und das geht auch noch eine Weile so weiter beziehungsweise eigentlich sind wir im Weißen unterwegs Du hast doch was auf der Nase Da, ganz viel Musik 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 Hier ist dann ein weiterer Eingang in den wir reingehen könnten wenn wir keinen Hund dabei hätten Musik 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 Das ist das Ehrenmal, eine sehr bekannte Sehenswürdigkeit. 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 Und mir ist kalt. Können wir weiter. Ja, weiter geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020